Wie die meisten von euch bereits mitbekommen haben, bin ich Mitglied einer Gruppierung, die sich Fair World Community nennt. Um euch diese näher zu bringen, rufe ich heute eine neue Kategorie auf diesem Kanal ins Leben. Die Fair World Community, kurz FWC, ist eine Jugendgruppierung, die sich auf den Umwelt-, Klima-, Tier- und Artenschutz sowie den fairen Handel, Entwicklungshilfe, soziale Gerechtigkeit und Ernährung spezialisiert hat. Dabei sind sie überwiegend auf sozialen Netzwerken wie YouTube, Instagram, Facebook und viele mehr tätig. Die FWC wurde am 15.12.2017 gegründet und hat bereits Projekte wie die FWC Wiki und das Schreiben einer Online-Zeitung, die FWC News, verwirklicht. Derzeit haben wir 15. Mitglieder, die wiederum in verschiedenen Abteilungen angeteilt sind. Wie bereits in dem Video zu meinem einjährigen Bestehen gesagt, habe ich mich der Abteilung Medien verpflichtet. Hier spreche ich die Videos, zudem habe ich das Kanal-Banner sowie das Intro erstellt. Der YouTube-Kanal ist oben verlinkt. Klickt also einfach nur auf das I und schon kommt ihr drauf. Das Logo der FWC besteht aus einer Weltkugel, einem Löwenkopf und zwei zuschüttelnde Hände. So sind alle Themen auf einem Logo kurz zusammengefasst. Dabei steht die Weltkugel für den Umwelt- und Klimaschutz, der Löwe für den Tier- und Artenschutz und die Hände für den fairen Handel, die Entwicklungshilfe und die soziale Gerechtigkeit. Wenn ich euer Interesse also hiermit geweckt habe, dann schaut doch einfach mal bei der FWC vorbei und wenn ihr selbst tätig und oder uns unterstützen wollt, werdet doch einfach Mitglied. Schreibt mir dazu kurz eine Nachricht und ich werde euch weiterleiten. Das war das erste Video in dieser Kategorie. Es werden noch weitere folgen. Wenn ihr diese also nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Im Namen der ganzen Fairworld-Community verabschiede ich mich hiermit over-and-out-greenworld-facts.tv. Bis zum nächsten Mal.